Pando, 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 Pando I got bras in Atlanta Tick to don't be in the family Credit calls in the scammers Getting the looks in the band So und herzlich willkommen zu meiner Ich hab mein Trinken vergessen, scheiße Egal, ähm, ja Zu Suicide of Rachel Forster Ich krieg immer einen 5 Minuten langen Vorspann Wenn irgendwie Suizid Oder keine Ahnung, irgendwie so Opfer davon geworden sind Was zum Spaß ist Die sollen das nicht spielen Also auch an euch gerichtet Falls ihr irgendwie sowas mit Selbstwert oder so In der Nähe was zu tun hattet oder so Nichts für euch Weil es darum geht Hab ich jedenfalls verstanden Wir sind letztes in diesem wunderschönen Darmont stecken geblieben Wo auf einmal diese Lattenroster weggeflogen sind Aber hell Ein bisschen Action in einem Horrorgame Das ohne Waffen ist Das ist vor allem das Horrorgame Spiel der Tage Ich bin verwirrt Äußerst verwirrt Ja, mein, da ist es Also Ich seh mir nur noch Ich seh mir nur noch aus Ich Das untere Bild, dass Dieses Hotel im Nichts ist Das Ist Horrorgame Okay, weiter geht's Na, nur Ich dachte, jetzt geht's los Okay Nebenbei könnt ihr abonnieren Liken Ach, komm, halt da mal Tag 8 Wir sind über eine Woche drin Ne, warte Doch Inschallah, ich hab Bock Komm herein Sie sind herzlich willkommen Ich lese mir vor Also Ich kann keine römischen Zahlen lesen Ist halt wirklich so Ich kann meine Map nicht öffnen Das ist scheiße Ich muss da reingehen Okay Ähm, ja Wenn sie hier nicht reinkommen Dann öffne ich ihnen die Tür Ich fliege aufs Maul Ne, scheiße Was? Eine Flasche Ja, kann ich gebrauchen, Digga Nicht die Aber Jo Warte, mä Digga Ey, manche Weiber sind echt ein bisschen weird Ah, ich kann es nicht öffnen Das ist ja geil Ich bin hier gefangen Okay, cool Ist es jetzt das Ende vom Spiel, oder was? Das wäre ja lustig Kann ich hier irgendwas Ich kann meine Taschenlampe Ich kann nichts Okay, perfekt Nicht mal mein Hörgerät, ne Ja, super Aha Ja, wenn irgendwas Ist das Schnee? Ja Wenn irgendwas hier durch die Pfalzer geschossen kommt, ne Digga, uncool Krass, Mann Ah, hier Ja, war ich doch Ja, sieht einladend aus, ne Immerhin aber Licht Wunderschön Guten Tag Oh, scheiße Ich sehe nichts Hallo Oh, yes Das ist supergeil, erotisches Spiel Ich kann meine Map nicht öffnen Ich kann nichts machen, was ich machen konnte Das hat was damit zu tun, dass gleich ein ultra fetter Jumpscare des Todes kommt Und gleich allen die Hirn und die Seele aus dem Körper fickt Kann ich mir einfach vorstellen Und deswegen ist es ein weiterer Grund, mich zu abonnieren, die Glocke zu abonnieren und das Video zu kommentieren oder zu teilen, damit ihr keine weitere Scheiße mehr verpasst Lohnt sich definitiv Weil in Zukunft auch ein paar Streams kommen werden mit Horror mäßig Ich weiß, dieses neue Outlast Stream, aber Wann war das das? Ja Aber da steht nur bei Veröffentlichkeitsdatum Braufsichtig oder, keine Ahnung, vermutlich 2022 Da steht kein Datum Und das seit Monaten Also ich denke, das kommt 2023 raus Oh, das kommt sehr, sehr knapp Wo muss ich überhaupt hin? Ah, ich kann da springen Den vergesse ich hier voll Ja, dann gehen wir jetzt mal raus, ne Tschüss Hm Digga Das ist so Ah Ich will da rein Ich weiß nicht, was ich machen soll Deswegen Ich war mir sicher, dass alle Türen zu wollen Ja gut, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll Ich kann meine Web nicht öffnen, weil ich Nichts habe Der Dude telefoniert nicht mehr mit mir Das heißt Was soll ich machen? Ich brauche eine Interaktion Ich brauche Ich brauche ein Ein, na, wie heißt das? Kann ich nicht los machen? Ich brauche etwas, was mir sagt, was ich tun soll Wir gehen in die Küche, machen jetzt Essen Und dann Chillen wir in der Runde So In der Mikrotonne Alles ist schon leer Ne, jetzt bevor wir das durchmachen Schöne Töpfe Feierlöscher Sehr, sehr wichtig Besonders in der Küche Ja, zwei sogar Das hat was zu heißen Gut, außer dass es eine große Küche ist Und mein Finger schon wehtut, weil ich den ganzen Schöpft gedrückt halte Und ich eh nicht vorankomme Ich brauche eine Interaktion Ja Oh yes War ich schon immer auf, oder? Mann, 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 Mann Dick Schrei mal nicht dick oder Penis drin Ja, warte mal Wo sehen die Pissois? Hä, bin ich hier richtig? So, da sind wir in der Klo, oder? Ja Lul Jetzt kommt die Vorkonams Ja, lol Gar nicht gesehen Ey, sorry, keine Ahnung, was ist Aber wann soll ich jetzt hier drin? Achso Ja, 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 komm doch Komm doch, wenn irgendwas ist Ich bin bereit Ich und diese komische Poppe da sind bereit Hier passiert rein gar nichts Na, wie gemäler Also wir kommen locker wieder auf den Dachboden raus Lol Oder hier Ich warte auf Interaktion Kann mal irgendwas passieren? Sag mal Ich bin äußerst verwirrt Du, jetzt bin ich oben Ah Hier ist noch ein nirrende Telefon Ich rufe mal den Juden All den Duden mal an Ah, hier Ne, hier sind Feuerlöscher Schön, ja, schön Museum Ne, da möchte man nicht hin Das ist mir langweilig Das war kein Deutsch, aber ist egal Ah, hier Ich kann dich telefonieren Ach, halt doch Dein Maul Ja, was soll ich denn machen? Junge Schimmel, Schimmel, Pimmel Da will ich rein Da kann man auch noch rein Ne, Mann Was ist denn der kürzeste Weg, um nach unten zu kommen? Ja Also vermisst du so springen Aber war das schon immer kaputt? Ich glaube ja nicht Ja, das hast du in der Gesellschaft Endlich Komisch, dass ich das mal sage Dass ich mich freue über ein Horrorgame Wenn mal irgendwas kommt Aber, naja gut Hier passiert seit 8 Jahren nichts Man hört nur Geräusche und so Und Wo ist die Lobby? Ansonsten passiert da nichts Wie gesagt, sehr komisches Game Aber Zweimal Es gibt zwei Möglichkeiten, wo was passieren könnte Entweder unten oder mein Zimmer Ich weiß jetzt nicht, wo das ist Auf dieser Etage, ne? Wenn ja, kann man direkt mal reingucken Sollten sie Bilder merken Ah ja, immer wenn diese Tester hier Wald Bild Da ist So, ist jetzt hier irgendwas? Hallo, hallo, hallo Ich brauche eine Interaktion Ja, passiert echt gar nichts Ich weiß nicht, was ich machen soll Das ist Komisch Das ist komisch und wir zugleich Warte War das schon immer? Also Wait Ah ne, fuck nein Jetzt bin ich in einem scheiß Livestream-Renig Weil die ja nicht Ja, okay, dann hier Geht's weiter Würde ich mir sagen, ne? Oder? Nee Nee, eben nicht Ach, komm Hallo Ich brauche Gesellschaft Ich brauche Interaktion Ich brauche Action Ich muss ja was liefern Los Junge Hier passiert rein Gar nichts Könnt ja mein Geist auftauchen Oder so Oder Keine Ahnung Ich verstehe das Spiel nicht Jetzt wirklich Ich raff's nicht Also ich raff schon die Thematik Aber Hallo Kann ich klingeln? Kann ich klingeln? Kann ich klingeln? Klingeln Ja, schön Ich will klingeln Wie soll mal was passieren? Ich gehe ab Ich habe keinen Bock mehr Na ja, stimmt ja Wir sind gefangen Junge, das ist doch Milchglas oder nicht? Das Haus über irgendeinen Faustschlag durch Und dann warst du das Mensch Ich kenne Okay, Leute Wir sehen uns, wenn ich irgendwie vorangekommen bin Also Bis gleich Ein paar Sekunden später Okay Wie viele unter euch in den Kommentaren Haben das gesehen und ich nicht? Ich auch noch wie so ein Blindverstand vorbei Hier ist er mit den Zeugs Gott egal Irving Merry Christmas, Nicky Ho, ho, ho Es ist ein bisschen klingelt für die Weihnachten Aber ich erwartet Was? Ich dachte, du bist zu Hey, ist alles okay? Ja Ich meine Ich glaube, ich glaube nicht Ich glaube nicht Nein Was ist passiert? Ich denke Ich schlau Ich schlau Wie in den alten Laurel und Hardy Ich bin ehrlich Ich wöge auf in der Kirche Standing in front of the lectern Wow Does das Happen a lot? Nein One Doesn't just become A sleepwalker From one day to the next It used to happen When I lived here One time in February I ended up outside No parent Leaves the doors unlocked If their kid sleepwalks I never told anyone Sleepwalking episodes Are common In children That's not the point I forgot all about it Then I come back here And it happens again If I ended up in that church Maybe there's a reason Sometimes Following your instinct Is the best thing Yeah I'll do that Oh, uh Irving? Yeah Merry Christmas Merry Christmas Nikki Ich hab in den Kommentaren Ob ihr Schlafwanderer seid Ich persönlich nicht Hab aber noch nie ein Gesehen oder so Ja und jetzt? Ich hab mal zurück zu Charles Da muss man zwischen Wer oder wo ist Charles? Ist das normal, dass die Dinger da Oh wow Ist ja gar nichts Irving Irving Ist du noch awake? Uh, uh Ja Ja, sicher Ich dachte, du hattest zurück Zu Hause Nein Nichts Ich bin nicht gut mit Worten Ich bin nicht gut mit Worten Ich bin mit Menschen Ich fühle mich, dass ich dir nicht genug bedankt Ich 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 möchte wirklich da sein Für dich Und 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 Maybe If I ever get out of here Anyway, yeah It would be Interesting Irving from FEMA Oh Uh Cool Yeah Uh What would you like to do? Um A day at the lake I think I caught a glimpse of Hauser Lake yesterday That would be nice Yeah It would be nice So I'll organize it Yes Sure Yeah Cool I'll go Yeah Me too Okay Das ist schön Das ist schön Haben wir ein paar Stimmen oder so? Da geht das rein Ah hier Ne, hier haben wir nicht Hello, hello Ich kriege jetzt ein bisschen Action Ja Na ja, klar Oh Mein PC wieder gleich abhauen Junge, mein ganzer Tisch wird Eieiei Ne, gut Dann hören wir mal weiter Ich höre nichts Und wie sie sehen, sehen sie nichts Und wie sie hören, hören sie nichts Aber das ist im Dunkeln Spiel ist es ganz schön Ja, halt Sag ich es mal so Schön Das wäre nicht schön Ja, hör auf Das wäre nicht schön Oh Oh War das schon immer so? Ich glaube nicht Na ja Immerhin haben wir Strom Das ist doch schon mal etwas, ne? Oh Waren wir hier? Ja, pick Weil ich dick dran stehen sollte Wunderschön Also wer hat das gebaut? Oder konstruiert? Ich verstehe es nicht So viel Gänge nebeneinander Katze Fenster durchkloppen, die Ja Irgendwann solche Holzstühle kennt man doch einfach Oh ja Quietsch mal, quietsch mal oben Ja, 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 ja Das liebt man doch Ja, aber sowas hat man doch gerne Dieses Bild Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll Das ist irgendwie weird, Digger Ich meine Na gut Corona-bedingt Nicht sehr freundlich Würde ich mal sagen Aber Stellt euch mal vor Ihr seid in dieser Zeit, Digger Das ist doch komplett Komisch Naja Egal Durch diese Türen können wir wahrscheinlich irgendwann kommen Bin ich mir nicht sicher Wie gesagt Wir können Durch die Türen müssen Aber nicht, ne? Also das kann doch nur Dekoration sein So wie 80 Ne, 90% aller Türen geht, ja Geht, ja Später sucht noch jemand Yeah Noch mehr Geräusche Ich lieb's Das ist doch schön Warum Warum ist dieser Raum hier Was 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 für Zweck macht das Du setzt dich hin Und guckst Wandern Ich versteh diesen Sinn dahinter nicht Oder Ich weiß es nicht I don't know What? Hältst du vielleicht das Hotel Und hier genau Ja gut Hier kannst du quatschen und saufen Aha Aha Ich fülle nicht immer gleich das Ding weg Die Pilze Wer isst denn sowas Wer isst denn sowas Stößt mich Ja So you've come to the conclusion That I'm not crazy Never thought that Well At least not in this case Oh fuck off Hey Language Sister Nicole Alright Alright So If I think about the church I think about my mother She often helped Reverend Foster She decorated for holidays Did fundraising And put up booths To involve the whole community In parish activities You know That kind of stuff I know what you mean I think she found gratification In doing that Something she didn't get elsewhere Including the hotel When we moved to Portland She quit Fundraising? God I gather you didn't exactly Have a high opinion Of your mother When you were a kid Well She was really busy With the hotel I was always running After Leonard He was much more fun Than she was No doubt about it He was a philosopher Capable of calculating The motion of celestial bodies While taking a part And refitting a motorcycle In less than half an hour What about her? In the same half hour She could have audited A business balance sheet There you go Ah A businesswoman Hmm No What I understood later Living in such proximity To her Is that Mom loved Feeling needed Oh A religious community Like ours Makes you feel That you don't have a doubt I suppose Interessant 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 And I want to hear Okay Okay crazy Ja wow Da wollen wir jemanden sparen Ne? Nicht wahr? Machen sie Oh wie sich das anhört Machen sie Geräusche Identifizieren sie sich Hier kommt die Sword Anheit Ja 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 hier nichts So fette Keller Kennt man doch eigentlich Von schulen Oder nicht Oder liege ich hier falsch Wobei ich jetzt hier landet Ne falsch Oh Mann Irgendwas ist hier Irgendwas hat das mit diesem Raum auf sich Wir können rein Aber nicht alles betreten Warum? Ne warte mal Hä? Wie Kommen wir Nochmal Zum dreckigen Dachboden Scheiß doch Die Wandern Hier ne Dieser Raum ist auch Wird Jetzt mal wirklich Hat der nicht Ein Weg hingeführt? Ich würde sagen Doch Nee Hier ist wieder nichts Irgendwas Der findet Ah ja hier Wusste ich's doch Dieser Smiley ist auch ein bisschen Wird Aber ich bin froh Dass wir überhaupt Licht haben Das ist Das ist Das Cool Geräusche Yeah Noch mehr Geräusche Yeah Dunkelheit Ah hier Das ist Was könnte das hier sein? Nichts explosives. Es ist nur, dass ich das Schlimmste aus dem Ort schlafen und vergessen, was es war. Da war eine große Frau, die Frau Brice. Eine Frau, eine Frau. Sie hat sich gesagt, dass die secretste Klinik zu zeigen, als ich älter bin, aber ich muss es vergessen. Die Mystery der secretste Klinik. Oh, das ist gut. Das Riedel! Was bist du? What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets. But he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible, yes. Oh, something like... Down the stairs, watch your step. Don't fall apart or it's your end. Round the corner, turn around. There's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How... it's... I... I... Wow, total mystery. Wanna play? I... Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Oh, I can't play. Oh, yes. Wanna play the organ in a church in the middle of the night? Really? Shh. Hey, what are you doing there? Dunno, I think you stayed on the line. Didn't notice. Okay... You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gudge till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then, there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Oh my god. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Ugh. I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Keep an eye out. Normally no one's around in this weather, but you never know. Ugh. Okay. 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 So much... Well, it's just a short conversation. I'd like to stay. Oh, no. 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 Oh. Das sind die Menschen, die aus ihren Häusern kommen. Das ist aus dem Buch der Revelation. Kann ich dich fragen, über deinen mysteriösen Vater, den du nur erwähnt hast? Mein Vater war nichts wie Leonard. Nun, ich weiß nicht was passiert zwischen dir, aber wenn du es möchtest, ich... Ich... ich will. Aber nicht jetzt. Es ist um... Es ist kompliziert. Ja, ich verstehe das. Verließe mich, ich will. Danke. Oh shit. Let's go, ne? Geh rein. Alle immer was Spannendes. Oh, das schneit. So. Okay, oh, das blendet. Oh shit. What zur Hölle ist das? What zur Hölle ist das? Alter. Das ist mehr als ne weird. Nicht jetzt. Oh shit. So, wie hast du die mysteriöse Dekorations? Nein, nein, nein. Keine Dekorations. Ist alles okay? Ich habe etwas gefunden. Was? Ich... Ich habe etwas, wie jemand eine Art Bettung gebaut. Irving, bist du da? Natürlich, ja. Welcher Bettung? Sag mir, was du siehst. Okay. Ich... Ich... Es sind einige Fenster, auf den Wäldern. Becks. Eine Schildesmusik. Ein schwarzer Bett. Es ist... wie ein Kindesrupp. Kein Weg. Ich... Das ist nicht Sinn. Niemand würde hier leben leben. Nicole. Niki. Ich denke, du solltest aus da jetzt rauskommen. Warte, warte, warte. Es muss eine Explosion sein. Okay. Das ist alles. Jetzt bin ich der Head Office in Billings. Ich sage ihnen, es ist eine emergency, so sie müssen... Jesus Christ, Irving. Was? Das ist alles Rachel's Sachen. Entstehen? Das ist... ihr Büro. Eine Replika. Du... Du kennst das nicht. Du kannst nicht wissen, was ihr Büro aussieht. Alles hier erinnert mich an sie. Lass mich nachher. Ich bin sicher, dass ich eine Explosion finder. Aber meine andere Hande sind auf dem rote Telefon. Bleib da. Aber nicht die Telefon. Ich muss herausfinden, was hier passiert. Ja gut, ne? Also... Ja. Ist leer. Schlöße? Hm. Doch. Ich kann die mir nicht ansehen. Ah, die Lüftungsschlitze jetzt auch noch. Da guck auf, was die Schlüsse an. Kann ich den Telefon jetzt machen? Hörst du den Geräusch? Komm schon! Hör. Hörst du es jetzt? Ähm... Was ist das? Es klingt wie einiges Mechanismus. Ich bin vor einem Luftflug. Das könnte auf dem Oberflug sein. Leonard hatte einen Großvater-Klokk in dem Atten. Du kannst nicht hören, was von einem Raum ist weit entfernt. Kannst du? Ich warst vor einem Spiegel vor einem Spiegel in ihren Raum. Du kannst mir etwas erzählen. Der Atten ist, wo Leonard gab Rachel's speech-therapy-Sessions. Vielleicht hörst du, was da passiert, von hier. Das geht nicht. Hörst du. Ich muss in der Atten. Ich muss herausfinden, ob ein Klok wie das noch funktioniert. Vielleicht gibt es noch jemanden, der es noch beschäftigt. Nicole. Bitte. Ich stehe dich. Ich kenne dich später. Hey, kannst du mich hören? Ja. Wir müssen jemanden kenne. Wir müssen jetzt rauskommen. Nein. Ich habe einen Klick gefunden. Es ist von meinem alten Musik-Bach. Es ist von meinem alten Musik-Bach. Leinart's Room. Ich habe eine schwierige Zeit. Wenn hier alles ist Rachel's, dann warum hier meine Musik-Bach ist? Ich weiß nicht und ich weiß nicht. 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 Er ist nicht hier. Ich muss die Chance nehmen, was passiert ist. Oder hier. Hier. Jo Leute. Und ich will mal sagen. Bis hierhin, war's das mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Deswegen abonnierst meinen Kanal. Ich mag das Video. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad, Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means? What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel in his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the path slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My... My father might have had a lot of weaknesses, but surely, what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but... Fucking hell! Don't you dare even think that! I... He would never have built a fucking underground shrine for a dead person! Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him. And... I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover true, don't call me. Good. That was it for the video. True. Mit. Ö.